Jack, ich bin bei Kriegers Archiven. Ich gehe jetzt rein. Keine Sorge, wir sind hin 0, nichts verschwunden. Val, seien Sie vorsichtig. Ich will nicht, dass ich Sie schon wieder retten muss. Jack, Ende. Sie sollten die erste Abzweigung jetzt auf Ihrem Kompass haben. Ich markiere die anderen Positionen, wenn Sie diese aktiviert haben. So, weiter geht's mit Gebrüll. Ziemlich leer, die Halle. Oh, das hat nichts zu sagen. Jetzt kommen wir hier noch ein bisschen mehr so in diese Schleichmissionen. Das heißt, wo ich mich mehr auf dem Fußboden rumdreihe wie alles andere. Ups. Oh Mann, ich kann es einfach nicht glauben, dass diese Brücke schon wieder kaputt ist. Das soll wohl ein Witz sein. Wie kommen wir denn jetzt rüber? Das Aufbau-Team hat eine Pontonbrücke errichtet. Da muss man nur mit Fahrzeugen vorsichtig sein. Was für ein Mist. So, Leute ohne Ende. Wir werden uns erstmal um den da oben kümmern. Wer ist da? Wenn ich da auf euch schieße, blöde Frage. Was zur Hölle? Was ist denn das? Halt, Alter. Da war da noch einer. Ey, der Hüter umlebt ja noch. Die geht aber nicht, mein Freund. Gut, jetzt hat er zum letzten Hubs getan. So, blöd ist natürlich, einer ist da hinten geflüchtet, habe ich gesehen. Der aus hier, der hat sich da hinten versteckt. Und das ist nicht der Einzige, der mir Sorgen macht. So, hier schleifen nämlich noch mehr von den Brädern rum. Ah, hier, oh, ganz hoppen hier. Scheiße. Na gut, das ist nicht egal. Ob da jetzt hier schriften geht, oder nicht? Mit seinem LKW. Ich würde, die kommen auch nicht rausschließen. Lasst ihn schriften gehen. So. Jetzt haben wir hier drüben. Jetzt haben wir hier drüben so eine Ecke. Was ist denn das hier? Das Klo, oder was? Jetzt haben wir hier drüben so eine Ecke, die Hütte. Da müssen wir nachher auch hin. Da müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht die Hucke vollhauen. Das ist gar nicht so einfach, wie sich das anhört mit diesen, wir müssen da hin. So. Momentan ist hier okay noch mehr. Das hat auch nichts zu sagen. So. Oh, 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 oh. Ich bin da ziemlich sicher, dass es noch irgendjemand hier hinten geschafft hat. So. Aber darum gehen wir uns jetzt mal nicht. Jetzt können wir uns erstmal hier und den hier. Das Müsstschwein schießt nämlich sofort mit Raketen hier, wenn wir uns hier rumtreiben. Das dämlich ist jetzt hier auch. Müsstschwein schleichen hier noch mehr von den Brüdern rum. Wir müssen hier höllisch aufpassen. Momentan ist da noch kein Dings drin. Ja, die restlichen Idioten, die da hinten noch hier rumschleichen, die kriegen wir denn auch alle. Das ist nicht das Problem. Sobald wir hier dann über diese Brücke versuchen zu gehen, beknistern sie uns hier von rechts mit irgendwelchen, irgendwelchen Mistfüchel hier, die hier irgendwo sich verstecken. Das heißt, wir müssen die erst ausschalten, bevor wir uns um den Rest kümmern können, was nicht so einfach ist, weil du siehst du nicht, wo sie sich versteckt. Und dann spawns der Hirten auch komischerweise hier wieder bei Leute her. Irgendwo hier hängen sie. Irgendwo hier schleißen sie die Mistfüchel. Lauter rohe Klepper, das sieht man gar nicht. Hier hat man jetzt schon den ersten drauf. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ob da schon mit zu der Truppe gehört hat. Die uns hier von der Seite her uns fällte. Oh, hier vier Stück. Na gut. Go to Daddy. Da hast du dich zu denken, dass du jetzt in kommst, Mistfüchel. Hier wieder dieser verkackte Grafikfehler drin. Ich hoffe, hier rammelt nicht noch öffnet für Mistfüchel mit Raketenwerfer rum. Gefährlich ist auch der hier. Schuhe im Knustern, das ist mir Granaten. und ich stehe nicht ich warte vor wenn ich dich misst jetzt sehe ich dich ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin so ja das ist auch wenn wir jetzt ein bisschen scharfschützen munition verballert haben ist das noch die vernünftige lösung wie gesagt die rücken uns dann hier sonst zu extrem auf dem pelz jetzt bin ich mal gespannt ob sich in der zwischenzeit hier wieder welche gespawnt haben da haben sie mich dann auch schon manchmal ganz schön überrascht kann allerdings auch sein dass die oft kommt wenn man auf der brücke ist die brücke drauf und diese mistvögel fangen an wie bild ist nicht bauen auf links drüben den jungen hat schon wünschen die hat schon noch weggeknüpft hier an seinem granatwerfer das ist immer dabei wird man sie bauen hier jetzt kriege ich dich ich mache ich kann sein dass wir jetzt nur noch einmal ja wo kommt er auf immer her absolut unklar wird er auf einmal herkommt da eine munition öffnen und es aussieht haben wir jetzt hier alle erwischt ich hoffe es auf jeden fall mit m4 und sich traurig könnte nämlich auch sein dass jetzt noch welche angestürmt kommen hier links drüben hier links drüben dinge gekriegt von hier links drüben kommen sie auch da hocken auch noch geradezu hängt dann noch irgendwo in der busch da rum was die haben wir ja nun alle erledigt so ja jetzt hieß los und hoffen dass uns jetzt keiner mehr auf den sack geht aber so wie es aussieht geräusche kommen scheinbar hier von diesen dingern oder schmeißen das habe ich durch mit granaten bin ich mir nicht ganz so sicher ich bin jetzt schon wo gespüßt wie es nicht mehr weg ist so ok so hier hinten machen sie noch die haben wir ja schon erledigt also wir haben uns jetzt hier machen ich hoffe dass es immer noch kommt und bei ihr gerade zu halt auch noch irgendwo in rum batscht da versteckt sich dann auch noch ziemlich gut wir müssen erst mal um den hier kümmern da ist er noch recht gerannt wir können nicht auf die brücke gehen weil wie gesagt recht hier noch immer ich hoffe jetzt mal dass der hier auch noch ok also bloß noch den rest hier ich muss das richtig blöde ist dass ich mir gerade die pfoten verbrennen aber auch aber die sekrette ausmachen aber ach das hat es richtig weh getan die glute kann immer näher die glute kann immer näher woher denn da nur na gut woher hin ok der ist erledigt so das ist nice die munition kann man ja ruhig noch mitnehmen hier das sind glaube ich auch bis 2 gewesen so bis dem bunker bis dem turm da oben den hat man ja vorhin schon alles geknüpft so drin haben wir noch ein bisschen sunny und all die munition nehmen wir natürlich das stankend an das ist das sunny das kann dann wirklich manchmal so ziemlich die letzte rettung sein wenn es engel wird so das passiert doch jetzt gerne mal dass wir jetzt von hier noch mal kommen aus der zeit scheint hier ruhe zu sein wir kommen ja auch nicht über diese verblödete brücke drüge und hierüber schwimmen kannst zu vergessen habe ich auch versucht das einmal habe ich ja noch so umgeplant wie so ein geistesambutierter das kann doch wohl nicht wahr sein das muss doch irgendwo lang gehen bin ich außen rum ich bin bei verrückt geworden nichts zu machen gewesen bis ich nachher dahinter gekommen bin dass es so einfach ist der turm steht nämlich nicht vom sonnestiert in der buchte da gibt es nämlich ein seilbahn so und los geht's ja 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 so und schon sind wir hier drüben und können uns um diese regulatoren da kümmern so wobei jetzt hier schon aber gleich mal auf den fußboden gehen speichert spielzeuger so jetzt geht die bauerei gleich los so ja 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 was zur hölle ja 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 ich habe noch genug munition für euch ich hoffe das angebrecht komm drei sind es noch wenn ich mich täusche Was ist? Gehen Mumm oder was? Mann, was ich das hasse. Da sind die anderen zwei. Da war noch zwei mit Westen hier und so. Rechts hängen. Links hängen sie nicht. Wo sind sie? Da hinten. Die hängen ja rechts irgendwo. Sag mal, wo hängen die zwei? Oder vier? Kann doch nicht sein, dass die Stiften gegangen sind. Oh ne, sind sie nicht. Was ist denn hier los? Scheiße. Ich hatte gehofft, dass ich da langkomme, ohne dass sie mir hier die Weste zerschießen. Na gut, man kann nicht alles haben. Alles voll. So, wir sind wohl auch nicht die Ehen. War da nicht was? Ja. Das hab ich gerade gesagt, sind wir auch nicht die Ehen. Das soll wohl ein Witz sein. Was ist denn hier los? Was will hier los sein? Du schießt ja noch mit Poletto. Äh ne. Ist doch alles okay? Ich glaube, da ist noch einer. So. Müsste ich so auch eigentlich. Alle haben. Jep. Hab sie alle. So. Äh. Das hier ist alles bloß für Gack-Eirung. Hier oben kommen wir da irgendwo ist zwar noch eine Tür, aber das kann man auch nicht schlank. Weil da ja die Brücke hier unterbrochen ist. Also fast der Hals gebrochen, wo ich runterkülpft bin. Ich muss von der Sache her gleich hier reingehen. Brauchen wir nochmal hier, dann müssen wir uns die umschalten. Auch ne, das war noch okay hier. Ach, hier gibt es eine Kikau. Ja. So. Hm. Hm. So, das Hauptbuch. Ich orte im ganzen Gebäude Hitzesignaturen. Seien Sie vorsichtig. Es könnte dort einige gefährliche Bereiche geben. Hm. Und ab. Und zwar ist jetzt hier ein Gang. Und hier ist eine Tür. Äh. Das unlustige ist, die Misthunde kommen dann teilweise von zwei Seiten. So, jetzt müssen wir uns auch nur hier ranschleichen. Ja. Ja. Wer ist da? Den ersten Demos sehen, eh nur vor Brezeln. Ist alles okay? So. Da kommt her. Da kommt noch mehr. Ja. Aber wie gesagt, es kann auch sein, dass die Unzone uns umgehen. Ah! Ah, hier haben wir eine volle Weste, die können wir uns gleich mal krallen und eine Schlüsselkrabbe. Oh, hier haben wir eine halbe Weste, okay. Wie gesagt, die versuchen wir uns hier auch zu umgehen, also die kommen dann auch aus Richtungen, die nicht lustig sind. So, hier haben wir nochmal einen Sunny-Backel und wenn ihr hier drüben guckt, da ist eine Weste. Ah, da unten ist einer, da unten schleicht einer. Ich habe ihn gerade gesehen hier unten. Ich stehe, ich müsste ihn doch schleichen hier unten. Oh, das ist nicht, oh. Hat hier nicht besonders beeindruckt, hier. Na, komm, 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 komm. Mest und lebt immer noch. Jetzt rennt er hier hinten lang. Hier ist er. Na, komm her. Denkst du, ich stehe dich nicht, oder was? Ich hoffe, man hat das Kind auf den Links. Na, egal, war wohl doch nichts. Nö, die sind ein bisschen Haufen Leichen rum, das sagt er, ne, egal, war wohl doch nicht. Träbel. Träbel. Katzenmaus spielen hier. So, langsam geht es in unsere P90-Munition aus. Greif ich mal zu M4. Okay, das lief besser als erwartet. Das muss ich mal so sagen. Mist, Schwein. Ich wusste, dort kommt man ja noch in uns. Da ist mir geschossen, dieses Schwein. Hier noch wer. Da war doch noch einer hier rausgekommen. So, gucken wir uns mal hier noch ein bisschen um. Jetzt wollen wir Munition kriegen. Und zwar... Ich muss doch gerade welche hier stehen sehen. Auch hier bei der Dings. So, ich hatte noch ein bisschen... Noch ein bisschen Dings gehöft hier. Äh, ach ja, genau. Kornickel sprengen hier. Genau. Hm, viel nicht. So, hier haben wir noch eine Weste stehen. Brauchen wir aber jetzt... Ja, nicht unbedingt. Können wir uns später noch holen, falls wir so wirklich dringend brauchen. Was wir jetzt wirklich dringend brauchen, ist die ehene Schlüsselkarte. Die hier liegt. So. So. Äh, ho, 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 ho. So. Ich dachte, da kommt das später. Äh, äh, das machen wir doch. Das bringt mir überhaupt nichts. Die hinten war noch einer. Genau. Wusste ich doch, da war noch einer. So, was haben wir hier? Äh, M4. So, jetzt haben wir hier erst mal ein bisschen Ruhe. Glaub ich auf jeden Fall. So, jetzt müssen wir hier Handel zumachen. Den müssen wir zumachen. Und der Witz ist, den müssen wir ganz dringend zumachen. Sobald mir sonst reintritt, wird der gegrillt sich nicht ganz so gar nicht gucken. So. So, die Gründe haben wir ja glücklicherweise schon abgeknallt. Äh, ach ne, wir müssen auch schon mal, wir müssen auch schon mal. Mal gucken. Äh, falsche Loch. Hier lang. Hier ist ja der, hier ist ja der erste. Hier ist ja die erste Tür. Wo wir rein müssen. Auf die Schlüsselkarte. Mal kurz gucken. Okay, Sie sind in der Nähe der ersten Verzweigung. Druck auf Maximum erhöhen. So. Gut gemacht. Die nächste Position wurde markiert. Jetzt hier wieder raus. Hier rüber. Vorsicht, nicht an dieses Rad hier kommen. Das frisst euch schneller die Dings weg, wie du hoppla sagen kannst. Ach, schon nicht gerade. Ich werde mir noch das Ding erstmal holen. Hier. Die Weste. Ach, das ist jetzt wieder so. Ach, warte mal. Ja, da gab es viele Möglichkeiten. Entweder so, oder so auf diese Kiste erst. Und dann hier ein bisschen basteln. Da hat er sie aufgenommen. So, blödlicherweise muss man jetzt, ob er will oder nicht, nochmal hier lang gehen. So. So. Okay. Das war der erste. So. Das ist jetzt hier drinnen die zweite. So, das war auch noch ungefährlich. Genau. Okay, ich bin da. Zweite Verbindung auf 100%. Letzte Zielkoordinate markiert. So. Letzte Zielkoordinate. Da wohnt einer drinnen. Wollen wir aufpassen. Da stand schon da, da hat schon auf uns gewartet. So. Ich habe die Position der Hauptkontrollsektion hochgeladen. Sie müssen sich beeilen, Jack. Und jetzt machen wir uns hier vom Acker. Äh. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. ob das so einfach war, wie es sich angehört hat. Aber ich glaube, das war so, Leute. Äh. Ich musste jetzt mal hier kurz unterbrechen. Weil mir die Grafik voll abgekackt ist. Also mache ich das Stück jetzt hier nochmal. Und zwar wird es nämlich jetzt hier auch lustig. Ich war schon fix und fertig mit voller Weste durchgekommen. Und dann gekackt wird diese blöde Grafik ab. Was war das? Wer ist da? Keine Bewegung! Gib auf, Alter! Willst du noch mehr? Oh, Scheiße. Ist alles okay? Ist alles okay? Da ist von der Unterbronn und der Mistfohre da hinten. Wo ist der hin? Ja, wie gesagt. Ich war hier voll mit voller Weste durchgekommen. Und dann kackt mir die Grafik ab. Ich dachte, ich spinne bei der, wo ich die Aufnahme angeguckt habe. Na, bleibt doch hier, die Mistfohre. Soll ich dich da erschießen, wenn du hier umgegrenzt. Was ist denn hier los? Verschleicht doch rum hier hinten in der Kunde. Oh, da kommt schon mal mehr ich dich hier. Mal aufpassen. Ja, das war wieder mal absolut ärgerlich, gell. War schon fix und fertig. War hier durchgekommen. Hab alles gemacht. Guck mir nachher hinterher die Aufnahme an. Und hab überall diese komischen Streifen drauf. Na komm rüber. Na wo bist du? Na komm. Komm zurück, Daddy. Oh, unsere Munition geht langsam alle. Ja. So, wie sieht's aus? Es kommen noch ein paar. Ja, hier liegt alles voll. Das ist eine sauggefährdische Gegend. Als ihr hier groß reinlatschen, solltet ihr vermeiden. Wenn ihr das Spiel irgendwie auch noch spielen wollt. Oh, nein. Jetzt hab ich dich abgehören. Jetzt hab ich dich abgehören. Oh. Wo haben die Mun-Alle? Mun-Alle. Jetzt könnten wir auch schon langsam mal aufstehen. Daumen, verdammt noch. Hab doch noch einer. So. Wobei wir diese jetzt wegschmeißen. Bleib wo du bist. Und krallen uns nämlich jetzt hier eine G36. So. Das mit der Weste dürfte kein allzu großer Beinbruch sein. Ich glaube, wir finden hier auf dem Weg noch ein paar von den Brüdern hier. Die M4 müssen wir deswegen wegschmeißen, weil die die gleiche Munition verwendet wie die G36. Was wiederum bedeuten würde, dass wir, äh, wie heißt denn hier eigentlich? Heißt die auch hier G36 oder hieß die anders? Gib mir mal einen Namen, komm her. Ja. Okay, dann endlich. Äh, das würde bedeuten, wir hätten plus 300 Schuss. Aber dann wenigstens dadurch, dass wir die G36 und die M4 hat, wenn wir dann wenigstens auch, äh... ... 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 auch nö. Da dauert dann trotzdem plus 300 Schuss für abwäte Waffen. Ach, gibt's doch mein Name her. Ne, das ist der M4. Du kannst es immer nicht so schnell eh. Ich will das wissen. Warte mal, der hier ist ja auch. Wie hieß es denn? Doch, die schreiben nicht hin, wie sie hießt, gell? Die müssen wir veräppeln hier irgendwie. Ja, die hießen ja an den Spielen immer anders. Mach ich das anders? Moment. Ne, halt. Ach so, dann bringt die auch nichts. Dann nimmt sie ja gleich auf wieder. Ich wollt grad sagen, schmeißen wir die mal weg und gucken, wie ihr sie nennt. Sobald wir hingehen, nimmt er sich auf. Ja, blöd. Da muss ich mal ein Video nachgucken, wie ihr sie nennt. So, hier haben wir 50 Schuss. Hier haben wir... Ah, das ist natürlich... Das ist natürlich sehr wenig, gell? Für das, was uns jetzt noch erwartet. Also, sehr wenig. Null. Extrem wenig. Aber zumindestens besteht denn die Chance. Wenn Sie bei der Steuerkonsole sind, kehren Sie in den Hauptfluss um. Das erzeugt eine Kettenreaktion, die dann den Regulatorkern zerstört. Wenn Sie das sagen? Aber zumindestens haben wir dadurch... Nein, mir tut vielleicht der Bauch weh. Schon wieder? Seit ich hier arbeite, geht das so. Dieser Kantinenfraß ist überhaupt nicht gut. Vielleicht isst du einfach zu viel. Nein, Mann. Ich mache diese neue Diät. Nur Fleisch, verstehst du? Die sagen, der Körper verbraucht dann mehr Kohlenhydrate und Fett. Ich habe gehört, die kochen die Trigenen. Wenn mal welche davon sterben. Nie im Leben. Das kann doch nicht sein, dass ich hier Mutantenburger zu fressen bekomme, während ich mir hier den Hinternwund arbeite. Bin ich etwa ein Versuchskaninchen? Beruhige dich. Ich habe nur Spaß gemacht. Das will ich aber auch hoffen, du Spinner. Ich könnte mich jedes Mal wegschmeißen, wenn ich den Dialog höre. Sowas von crazy. Was zur Hölle? Oh, fett! Ich sterb die vorher. So. Okay. Ich darf noch ein bisschen M4, äh, äh, G36 Mu. Mu. So. Wollen wir jetzt hier drauf drücken, geht das Theater los. Da rücken sie uns wirklich richtig auf die Pelle. M4, Jack. Die Hauptenergie ist ausgefallen. Ich gehe ins Archiv. Wenn ich rauskomme, nehme ich die Lüftungsschächte. Es sollte mir ein leichtes sein, sie auf dem Rückweg zu finden. Bleibt sie im Schacht, sonst warten sie dort auf mich. Endlich mal was nach meinem Geschmack. Ich bin sehr gut im Warten und nichts tun. So. Äh, ja, kommen wir L an. C. Jetzt rücken sie uns hier wirklich echt auf die Pelle. Mal sehen, ob der Grafikfehler jetzt immer noch ist. Ne, darf es nicht mehr. Gut. So. Hast du das gehört? Ja. Ah, hier. Hallo? Wie sie dürfen, springen sie hier hin und her. Am besten reinkommen lassen. Hey! Am besten noch reinkommen lassen, die Mistzökel. Hat er sich jetzt gerade so drüben selbst eine Lüft gesprengt? Ist das ein Idiot oder ist da was vor? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Das ist ein ganzer Haufen im Übrigen hier. Also nicht bloß 1, 2 Leute. Das sind da gewöhnliche Zähne oder so. Na gut. Ich glaube, dass ich nicht so Mädchen hast hier. Wir haben ihn! Oh! Wir haben ihn schon aber mal zu weh, gell? Den er da hat, den er da kann haben möchte. Ja, komm her. Dann diskutieren wir das aus dem Mist vor. Ich glaube, ich war darüber noch. So, das hier haben wir jetzt. Da kann man die Sicherheit ausmachen. Was klappt das? Ich werde dich finden! Ja, ja. Da ist nichts dagegen. Kommen wir her. Was war das? Na? Na? Ne, ich bleib lieber doch. Also hier musst du auch ein bisschen Geduld haben. Das bringt überhaupt nichts daraus zu rennen. Immerhin schießen die Urven mit P90 und G36. Und M4 und H1. So was dann die Hucke voll, das können wir sich fast nicht vorstellen. Jetzt hab ich dich! Oh, Scheiße. Da ist noch nicht. Wo ist er so noch da? Oh, Scheiße. Na gut. Das ist gut. Gib auf, Alter! Ich hasse das, wenn Leute so auf einen zugestürmt kommen. In Spielen. Warten wir jetzt die Breakdance hier, oder was? Das ist schrecklich für ein Spiel, was es gibt, wenn die Leute so reingestürmt kommen. So Selbstmordkommandomäßig hier. Und der hier. Kommt aus dem Breakdance hier. Was ist denn hier los? Poppentier, oder was? Mein, hier wird nicht gepackt im Dienst. Bedrohung zeigt er nicht an, aber das sind garantiert noch welche da. Schlecht, die Rinden wären noch welche gewesen von den Griebern. Und ich will hinten verstecken. Ach, Moment, ich kann ja mal hier das Ding anmachen. Da führte die Taschenlampe aus. So, und das sehen wir ja, ob da hinten niemand rumschweudelt. Ob sie so dämisch waren, die sind hergerannt gekommen alle. Oh, ich hatte mehr in Erinnerung. Ich dachte eigentlich, das wären so ein Bezähnerum gewesen. Aber wie es aussieht, haben wir so alle ausradiert. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Ach, ich habe hier ein paar mit der Granate erwischt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Also eine Weste. Also es waren doch ungefähr 10, gell? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ja, ich habe da welche mit der Granate erwischt, deswegen. Hehehehe. Ja, das ist hier schon nicht schlecht. So. Die zehn Trämen haben wir ausgeknipst. Oh, endlich ist der Krach vorbei. Oh, jetzt hat es mir noch was im Hals. Ich muss doch noch was trinken. So. Ja, wie gesagt, das Stückchen muss ich jetzt... Das war alles, die ganze... Hier überall diese Striche rüber. All furchtbar, gell? Also es war, äh, äh, äh... Ich konnte das echt nicht lassen. Ich gehe jetzt raus. Wir sehen uns alle draußen. So. Quatsch. Hoch, du Tretel. Hoch. Hoch, du Tretel.